Moin! Moin Leute! Ich habe mir gedacht, ich spiele mal wieder ein bisschen Janible. Mal gucken, wie es weitergeht, wa? Hm, das ist ein ziemliches Wurmlauch zu mir. Gesund und stabil ist er, der Oliver. Mission erfolgreich, es ist eine Verteilung. So Dann nehmen wir das an. Yes, genug Essen habt. Ich habe Hunger, Stress ausgelöst, bis schlägt das auf die Psyche. Sink dein Psyche Wert auf null verursachter Stress körperlichen Schaden. Es ist regelmäßig in der Basis und nutzt besondere herstellbare Items. Ja, alles klar. Werden wir tun, oh Fisch. Ah, es wird dunkel, bleibt in der Basis. Gehen wir mal ihm schlafen. Verbesser deine Waffe mit dem Kaliberwerkzeug. Was? Was ist das? Wenn es sicher. Ich habe ihn geblieben, wiederum. Das wird dir richtig in Ordnung. Das ist das. Lass uns ... 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 Uppala, ich muss ja ganz vergessen, dass ich das so herstellen kann. Naja, okay. Werkstation herstellen. Ja, was kann ich denn herstellen? Nichts besonderes, also nichts, was ich jetzt brauche. Generator. Kochsteller. Ne, den will ich jetzt nicht sprechen. Ne, will ich auch nicht. So, schlafen. Tag 4. Ja. Ne, die Sion kann ich denn herstellen. Ja. 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 Grafik, Steuerung, Steuerungsübersicht. Ja. 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 Das könnte ich irgendwie bauen oder was wäre das denn? Das könnte ich nicht. Okay. 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 Mm-hmm. nicht verlesen treten apache ja помню этот пионерский лагерь кто бы мог подумать что там же были советские бункеры оливер очень хочет с тобой подружиться но насколько искренне он все-таки наемник на пользу ли тебе его верность аппетс это фум-лог в холле это очень лагеря фум-лог Ich bin mal gespannt als wann ich das erste mal sterbe hier Da geht es anscheinend nicht lang Na ich muss da durch Na ja Das sind scheinbar alte Häuschen Na ja alle verlassen aber Schon übel krass Na besser aussieht er Ja es ist schon über Ja Ich sehe auch nichts, das ist scheinbar. Ich sehe auch nichts, das ist scheinbar. Ich sehe auch nichts, das ist scheinbar. Ist die Grafik so miserabel geworden? Oder... Ich fühlte sich einstellen, oder? Wie höre ich, das ist einer da, aber ich sehe niemanden. Einmal kurz gucken, Grafikeinstellungen. Ultra ist doch richtig. Ist okay. Keine Ahnung. Ja. Okay. Anwenden. Gammaeinstellungen. Nochmal irgendwie Hörschrauben. Auflösung. Da sehe ich nichts. Okay. Tja, wo bin ich hin? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen ja... Aber ich habe mir mal die Gasmaske aufgesetzt. In der Hoffnung. Mit einem kleinen Blick. Hm. Das will ich jetzt finden. Oh, Bunker. Da gehen wir jetzt rein. Oh, gespenstischer Bunker. Oh. Alles unter Wasser hier. Oh, oh. Und, oh, da... Yes, wir haben das auch. Dokument. Super. Spitze. Haben wir hingekriegt. Guck mal. Das war ja einfacher, als ich es gedacht habe. Hm. Ich lasse euch das mal ein bisschen offen. Ihr könnt jetzt pausieren. Und dann könnt ihr, ähm... Genau. Machen wir da später weiter. Können wir da dann aber weitermachen, ne? Gehen wir hier mal hier wieder raus. Ach, ich habe keine Dinge jetzt. Ja, halt. Gehen wir hier wieder raus. Das ist egal. Ab nach Hause, oder? Hä? So. Ab nach Hause. Und Auftrag wieder erledigt. Nächste Verteilung. So. Seid가요. Untertitelung des ZDF, 2020